Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach neben Herzbruck im Nürnberger Land zum Newsletter 95, diesmal aus dem Herzen der Provence in Südfrankreich bei Aix. Die Provence ist ein schönes Beispiel, dass Regionalität nicht provinziell sein muss und wir möchten Sie einladen von diesem Samstag, 28. September, zwischen 10 und 16 Uhr ist bei uns der Tag der Küche. Da können Sie sich einfach über neueste Küchentechnik informieren, sich mit uns über Küchen unterhalten, wir können auch ein bisschen was kochen zusammen und wir würden uns freuen, wenn Sie reinschauen. Bis Samstag! Untertitelung des ZDF, 2020